Weiter geht's hier mit Lollipop-Shainsaw! Massakarten! Nein, man muss ja sagen, mit Lollipop-Shainsaw! Weiter spielen ist so süß! Ja, es ist so kawaiiisch! Ich brauch erstmal Lollis! Die Scheiße zieht mich nie länger, Renate! Erstmal Lolli, ey! Bin zu alt für diesen Klang! Tschüss! Super! 8 Stück musst du retten! Achte! Ja, kann ich mir mal so quäm sitzen! Ich zock gar nicht! Ich grinn da gegen die Stilofien, klick mal an, ey! Meine Fresse! Du hast starke Oberschenkel oder so! Was dann? Fall! Da hab ich die Halle! B! Jo! Cool! Noch mal! Ja, klar! Sind da Zombies? Ihr müsst in den Kopf schießen! Achtung, Kacke! Ja! Ja! Hallo? Zurück? Ist doch Scheiße! Ja! Hier, vibriert was! Hey! Wo soll's denn hin? Aha! Ach, da is was! Da is ja was! Und wieder runter! Was ist das denn? Du bist nur du bitter! Du hast deinen Kopf! Du schützt deinen Körper! Von dem liegt er! Hey! We need to break through that wall! Can you give me a hand? Uh! Yeah! I don't have a hand to give! Well! Not yet! Anstecken. Wie denn? Ah, fetter Körper. Warten! X! B! Y! A! X! War das gut? Vielleicht? Sieht so aus, ja. Erstmal die Krippe wieder kennen und wieder einen Po. Cool. Drangesoomt. Da winkert er aber noch. Ja, da ist noch ein Loli. Aber das ist guter, den ich kaufe. Immer brauchst du dann auch hier mal ein paar Filme. Ach, guck mal. Shop. Ah! Telefon. Mann ey. Start. Die Knöpfe, ne? Ja. Ne, hier unten. Ja. Telefon, Telefon. Ja. Muss man halt immer so machen. Ja. 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 Was denn? Hä? Kannst du noch einen Anruf? Hallo? Bammel da. Wollen wir nochmal gucken. Ne. Nicht mehr. Irgendwo weiter unten mal was. Da ist noch. Schon wieder, Muri? So lästig. Hä? Hä? Ja. Jetzt fängt Daddy noch damit an oder was? Over and out. Shoppen! Yay! Kommt die Mucke wieder? Ja. Was haben wir denn? Lollis haben wir erst noch? Komm mal Fähigkeiten oder so. Wenn du kannst. Oh, aber Klamotten. Kunst. Geh mal da. Hast du gar nicht so viel. Wo steht mein Geld? Ach, da oben meine Fresse. Ne, ich will mal... XXY. Ja, das soll ich mir alle merken? Hahaha. Ist ja noch nie so schwer. Naja, noch. Also XXY wird dabei merke ich mehr noch nicht. Kaufen wir mal. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Mit... Mit... Ein von den Knöpfen drehen. Ja. Kriegen wir hin. Ja. Reicht erst mal. Lollis haben wir ja schon. Die sind am liebsten. Ja. Ach, Mann ey. Help! Oder nicht? Schnell! Kannst du den Knöpfen spielen. Für so einen Glück mit... Mit... Keine Ahnung. Der andere? Drücken? Irgendwas drücken? Aha. Oha. Oh. Fuck. Also mal. Warte. Yeah. Jetzt! Ach! F*** dich doch! So ein Scheiss hier! Warte nochmal! Das ist aber Trug hier. Warte. Schau dir jetzt mal hier hin. Oh Mann. Hier macht schon alles päng päng. Oh oh. Schon zu spät. Ach Mann! Joa. Ah! I! Du kannst ja einen Wunder hier rein nehmen. Ach so. Ich brauche doch ein Stück. Ich brauche. Ich brauche die Einstellung. Das benutze ich echt wenn hier zig Dinger kommen und ich gerade keinen Bock habe. Kann schon und ich krieg klein. Ach. 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 Hast du jetzt falsch gedrückt? Ja. Ich war jetzt vor 100 Wochen mitkommen. Und down. Uh. Ein Stern. Oh. Yipi. Oh Mann. Ist das euer Ernst? Hallo? Wie geht mein Ding hier? Weiß ich nicht. Yeah. Geiles Stück. X, X, Y. X, X, Y. X, X, Y. Hat bestimmt geklappt. Denk ich mal. Sieht der so aus. Wow. Das ist cool. Hallo? Noch mehr? Oh. Cool. Du bist nett. Ja? Nee. Der kann ja ballern. Oh Gott. Oh Gott. Kass auf. Oh, der ballert. Schatzel. Das ist voll gemein. Alter. Oh Mann. Das ist ja mal kacke verdammte. Ja, das ist voll unfair. Hallo? Oh Mann. Was? Was? Warte! Jetzt! Jetzt! Ach Mann! Das gibt das doch echt nicht! Wir sind immer jetzt knapp. Wir verarschen mich doch hier! Was denn jetzt? Du leuchtest! Ja. Oh Mann. Pass auf! Pass auf! Wir kriegen über den Rippa oder so! Ihr könnt doch nicht das Roulette einfach machen, wenn ihr gerade hier so... Ja, ich bin gleich voll am Arsch. Das ist immer cool! Mani, 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 mani! Ich brauch erstmal Lolli! Ja. Ja, ja. Schlimmik mal innerlich für mich liebster! Das ist ja unwichtig! Äh, Y. Falt euch mal auf Hallo! Was? Cool! Das ist ja mal geil! Aufschneiden! Und PAH! Achso, öfter rum! Hä? Du hast schon Blut, du bist doch... Du bist noch gut! Ähm... Oha! Ja! Hallo, ihr macht alles kaputt! Oha! Scheiße! Ich hab grad gesagt, irgendwas mit Bäckchen und bla! Gut, ich konnte nie lesen! Da hinten war nicht mehr so... Ich seh nichts! Doch, Lolli! Oha! Oha! Sauber! Oha! Oha! Ja, die sind toll! Ja! Ey! Cool! Cool. Da sagt man ihm, hat er alle kaputt? Ja. Das wird teuer! Muss ich jetzt wegrennen! Schnell! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Schaffst du? Nein, doch! Hab ich es geschafft? Weiß ich nicht! Oh Mann! Hallo, mach mich nicht nervös hier! Das kommt ja mal gar nicht! Yeah! Geil! Die ist so cool! Oh warte mal, mein Fuh schläft ein! Das ist so geil! Oh ja! Oh nein! Helfen! Ich weiß nicht! Alter! Wo kommt ihr denn her? Ey! Mein Gott! Scheiße! Mein Gott, das ist halt ein Schuh! Das sieht man ja gar nicht! Ja! Alter! Ich hab ihn nie gesehen! Ich mach die Schränke kaputt! Äh! Komm her! Komm her! Nein, nein! Was denn jetzt? Das cool ist auch wegen Zombies und so! Äh! Äh! Geil! Ist ja mal voll die Logik! Ja! Ich war noch grad am Kämpfen, das ist ja schon kleiner! Ja! Ich drücke B und A und den Gegner am Boden, die sind grad wegen ab der Stuhl! Okay! B A! B A! B A! Keine Ahnung! Ja! 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 Wenn du suchst die Knöpfe hier wieder, das merken wir leider nicht! Schlacht da einfach drüben! Ja! Geil! Kleine Schütteln! Komm her! Hab ich eine? Nee, du bist doch da! Ey, lass mich mal kämpfen hier! Ja! Das ist geil! Ja! Das schätze ich! Hab ich alle? Hast du den Loddy schon mal genannt? Weiß ich nicht, wo war die? Sieht so aus, der hatte da ab da eigentlich! Gott! Mir hat von irgendwann gezeigt, wenn da oben da ist was! Ist aber wohl hier und her hier, ne? Ja! Aber es ist egal, das ist cool! Ja! Hab zu früh B getrunken! Da steht jemand? Nee! Äh... Da steht auch jemand! Ja! Lass zu lieber! Na! Der ist doch nicht gut! Was denn?! Ach du kacke! Ich renne einfach mal, ja? Alter! Alter! Ja! Wie nett! Äh warte, ich hab Angst! Ja, ich bin gefallen! Ach man ey! Oh leckig! Bombe? Ja, die ging gleich hoch! Fenster! Ja! 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 Haben die das jetzt gegenseitig? Da waren doch zwei Zornwissen! Ach! Äh... Äh... Das ist doch mal geil! Das fetzt! Da war schon arm! Äh... Aber nicht immer ran! Äh... Ist das schlimm, wenn die brennen? Ich weiß nicht! Weiß nicht! Ah, das war jetzt geil! Ja! Das war jetzt wirklich geil! Alter komm her! Das war geil! Ja! Und so viel Konfetti hier ey! Konfetti? Konfetti! Ach Konfetti! So viel Fetti hier! Wartet mal! Komm mal Lollis! Soll ich euch helfen? Äh... Die sind geholfen! Der hat Werbung für Youtube, guck mal! Wenigstens für unseren Kanal! Pow! Dann! Dann! Nick musste lange nichts mehr machen, wa? Nein! Ach man! Der hängt da nur so um! Gimme five! Kann er ja nicht! Ach man! Ja! 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 Woah! Der hat ihn nicht gesehen! Die kommen fliegen! Guck mal! Komm her! Oh oh! Das ist bestimmt egal! Und jetzt? Da rein! Kannst du da rein? Ach jetzt! Der will mir auch rollen! Das ist der Typ bestimmt gestorben, weil er irgendwas explodiert ist. Da kann ich ja nix für! Wurde verhindert! Ja! Das macht ihr Ball! Nein! Peng! Wuhu! Yeah! Was machen wir jetzt? Erstmal noch eins! B! 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 A! A! Cool! Super Mario! Ja! Das ist cool! Konro Sprung! Die sind alle tot jetzt! Wie geil ist das denn? Das fetzt ja mal! Das ist echt cool! Ich liebe dieses Spiel! Hey hey! Marc glaubt, ist er mit? Sensei! Ja! Gesundheit! Juliette! Ich weiß nur das nur ein Wort! Äh... da kommt da jetzt was! Eine Logik! Ich konnte nie lesen! Ich musste laufen! Na ja, er ist wie ein Mietze-Kettchen! Dass kein Japanisch sprechen muss! Ja! Ja! So, wer kommt jetzt? Zombies! Nee! Doch! Warum? Weil... weiß ich auch nicht! Hat dein Ohr geübt? Ja! Bleib einfach erstmal stehen! Alter, wo bin ich denn hier? Tonalig oder was? Sehr lange, warte! 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 Voll da! Oh, Lali! Siehste! Nur uns hier mal zu gucken! Tadadam! Tadadam! Wie jetzt? Zocken oder was? Keine Ahnung... Okay! Heißge Musiker! Ich wusste! Welches Team? WALDKAT! Welches Team? Wer hat Zombies für Punkte? Du kannst auch 3 erinnern! Alles klar! Warten jetzt? Ey! Tor! Also Abflug! Klar, kommt her! Alter! Alter! Ach so ein scheiß Blogger! Alter! Muss ich da drauf auch nach achten oder? Alter! Ich hoffe nicht! Weil du da rein gehst, gehst du schon mehr Punkte! Eine Art, weil er sagte, du kannst auch ein Dreier werfen! Erstmal kurz nachher gekommen! Da kommt schon da so ein Scheiß! Was sind das hier? Hallo? Was machst du denn? Da will ich gar nicht hin! Hallo! Lass mich mal! Was machst du denn? Ich will zu ihm da! Dann bestimmt weil du irgend jemanden da anvisiert hast! Da kann ich ja nichts hören! Oh kacke! Ich will sie keinen hier an! Hallo! Der ging rein! Aber der stört da! Ach f*** dich doch jetzt hier! Er sagt, er ist wegen mir gar nicht! Jetzt ist er weg! Schwarz! Was ist denn da? Wie viele brauchen wir noch? Äh... 60! Scheiß, du hast jetzt eine Hälfte! Ich hab nicht jetzt! Wenn dann hier wieder ein Typing kommen! Siehste! Hallo, was hat er entschieden? Ich hab nicht gesagt, oder was? Sie bringt schon keine Punkte! Komm schon! Ich seh nichts da! Kommt die Schatten noch! Alter! Oh ey! Kommt die Schatten! Kommt die Schatten! Kommt die Schatten! 16 noch! Alter! Was ist denn da? Kommt die Schatten! Oh kacke! Ach du hast ja noch eine Minute! Ach du hast ja noch eine Minute! Konzentriere mich gerade zurück! Geschafft? Ja! Ach f***! Das geht auch immer in! Willst du mich freuen? Alter, warte! Warte mal, mein Arm ey! Das ist ja cool! Manni boh 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 boh! Ein Minispiel ey! Ja! Cool! Okay, direkt eh mal neben dir! Ja! Geh mir doch grad ein bisschen an den Kragen! Hä? Tür ist ja... Die geht alleine zu? Die ist ja eh nicht! Ja, hier ist nix! Dann jetzt schon wieder! Die Idee hat er explodiert! Oh Gott! Rein! Alter! Ich kann nicht weg hier! Oh f***! Ich bin grad voll angespannt! Shoppen! Er ist Telefon! Warten jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Äh... Ist das denn gar das Spiel? Das fetzt so! Wenn wir jetzt so Attentäter oder sowas, weil wir ja sowas spielen, sowas ist ja voll uncool! Und... Ich bin ja nicht mal in der Schule! Das stimmt allerdings! Ach man! Ja! 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 Also... Ja! Alles klar! Immer noch! Oh Mann! Stopping! Da geht gleich ran! Da ist ja bestimmt alles unwichtig! Ja! Ja! Äh... was... was... was nehme ich denn mal? Irgendwas mit der Kettensäge weg holt... Kettensäge durchzieher... Cheerleader-Kette... Kettensägenkette... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Äh... ich muss nur... Was? A-A-X? Ach... Ja... Ich leg mir hier gleich nen Zettel hin! Kannst ja aber schon mal an! Habi kippt jetzt an! Weiß ich nicht! Ich auch nicht! Kannst du bestimmt irgendwo umziehen! Ich hab Musik gekauft! Muss ich eigentlich kaufen? Ich kaufe... Ne! Warte mal! Ich will nicht kaufen! Kannst du auch gar nicht leisten! Kann ich hier noch irgendwas für billig? Ich meine Leute, die sind immer gut! Ich bin auch gut! Ich bin jetzt ganz normal! Aber ich will jetzt mal wissen, wie ich mir das anders anziehen kann! Ich hab bestimmt ihr Zeug... Vielleicht... Zimmer... Kann ich mein Zimmer einrichten? Oh oh oh! Oha! Hey! Das ist ja irgendwas, die ich noch nie gesehen hab! Oh oh oh! Was ist das denn alles hier? Achso, das sind deine... Combo-Dinge! Kannst du nicht angucken! Ne! Zombie-Alber! Auch uninteressant! Auch uninteressant! Oh, die Kiste! Oh Gott! Oh Gott! Ähm, ja, keine Ahnung! Hm! Vielleicht bei... Option? Ne! Zurück! Äh... Gucken wir nachher mal! Ja! Zock weiter jetzt! Äh, ja! Weiter! Was denn? Achso, nee! Da ist die Tür! Ne, noch nicht! Äh, ja! Was? Äh, ja! 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 Wow! Das war cool! Yeah! Den merk ich mir! Okay, der war echt geil! Der war sauber! A, A, X! 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 Die bestimmt nur, wer ganz viele da sind! Bestimmt! Ja, klar! Ah, die Mutter! Lalalala! Ist das Putsi! Mann, der Putsi! Äh... Achtung! Äh, du brennst oder so? Ah, A, A, X! Oh, das ist wohl explodieren drin! Ah, A, 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 A! Soll ja mal schnell machen, aber... Weiß ich nicht! A, 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 A! 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 A, A, A... A, 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 A... No! Jetzt... Jetzt hätte ich mir Angst! Das muss man mir doch nicht sagen! Der ist so! Ich hab Panik hier! Vorne nicht hier drückt gehen? Ja! So schnell, geh! Das soll ja noch nie! Oh, Nest hier! Das ist eine Schule, ne? Ja! Alter, komm her, Olle! Katsching! Da schnell zur Lehrerin! Wo rennt sie hin? Zur Lehrerin! Ach so! Hallo! Spring weg! Alter! Ja! Du getroffen hast hast du jetzt! Komm schon! Ey! Okay! Das war gut, ja! Ach so! Was war dann passiert? Was soll ich jetzt hier finden? Man sieht auch so schlecht! Ey, ich seh gar nicht! Ah! Cool wie die gegen zuschreng! Ja! Oh! Kacke! Ach du! Das ging aber auch nicht! Warte mal! Was ist da denn? Ach so! Ach! Nick! Ja! A! X! Y! A! A! Y! A! B! Y! X! Y! A! A! Was? X kann ich nicht mehr drücken! Stimmt nicht! Ich denke um... Man schlug! Fressen ey! Warte denn jetzt! Ja! Ja! Na klar! Oh oh oh! Ja! 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 Ich weiß es nicht! Was machst du denn da? Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Du steck jetzt im Ruhm verdrückt! Weiß ich nicht. Was ist, glaub ich, dein Kerl hierhergeschubst da oben? Oh man, wir vergessen vorhin die Zeit! Ja Leute! Du musst ne Patten! Man, das spielt Flash aber so! Ja, das ist gefesselt! Wir sehen uns gleich! Ja, bis gleich!